Hier die Waffen. Das war die Mucke. Die Mittagsmucke. Nach den kleinen Mittagessen und natürlich Raubpause und Kaffee trinken. Jetzt sind wir hier. Ich spiele welchen Mode. M31 war das, soweit ich jetzt weiß. Genau, das war das. Hallöchen. Gescher 83m. Und natürlich den anderen. Yeah, jetzt geht es hier ab. Ich brauche hier das kleine Brückchen fertig. Wenn du willst, die ich zeige dir kurz, kannst du auch meine Let's Plays ansehen. Das kopiere ich kurz nochmal in den Chat rein. Ich bin hier kein Abogeiler Mensch. Das ist hier nur, ich mache hier Fun, Spaß mit euch. Die Freude teilen, Arm zocken. Das ist natürlich mein Ding, was ich gerne tue. So gefällt mir das am besten. Und wenn du Bock hast, schau rein. Da würde ich mich freuen. Du musst mir kein Abo dalassen oder so. Einfach mal reinschauen, wenn es dir gefällt. Kannst dir auch ein Abo dalassen, wenn du willst. Muss gar nicht sein. Eigentlich ehrlich gesagt, ich bin hier kein Abogeiler Mensch. Ich ziehe auch kein Geld dazu, äh, vielleicht für. Ich mache das einfach nur aus, wie ich schon erwähnt habe. Und somit zocken wir ein bisschen. Ja, wie lange läuft mein Life-Streme? Ich glaube schon ein paar Stunden jetzt. So, wir haben einiges gebaut hier. Das ist ja sehr interessant. Danke fürs Zusehen, dass ihr da zu seht. Das seht mich natürlich sehr. Halt, haben wir ihn verpasst hier. Was halten wir vom The Forest? Natürlich auch ganz cool, wenn ihr das mir schreiben könntet. Wärts langweilig, ist cool. Ich werde wahrscheinlich... denke mal... Ah... Vielleicht zur Wochenende nochmal einen Livestream machen. Oder natürlich... Oh, morgen nochmal. Da bin ich mir noch ganz sicher. Ich werde's posten auf Twitter. Habe ich jetzt die Seite gepostet. Da seht ihr auch Kanal... Ähm... Ein Kanal auf Twitter... Äh, ähm... Auf YouTube. Das haben wir hier... Oh, ich sag mal noch ein paar... Ja, zwei haben wir. Werden wir auch grillen. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Livestream macht natürlich auch sehr viel Fun. Ist jetzt auch schon wieder Nacht. Oh, mein Kumpel spielt gerade... Was, wie, was... Nur Gott. Also auch so ein Prügelspiel... Kostet nichts bei Steam. So, ja, auch sehr interessant. Aber ich bleib trotzdem lieber bei The Forest. Das gefällt mir doch ein bisschen besser. Und weil es natürlich Haufen... Ähm... Updates und alles gibt hier. Das gefällt mir noch schon sehr gut. Und jetzt hauen wir noch mal durch in die Pfanne. Weil ich schon wieder sehr viel Hunger habe. Yes! Und ein bisschen Kaffee. So, haben wir den Lutsch jetzt bald gegrillt hier. Es ist dunkel. In der Nacht. So, ich glaub, die Mutanten kommen wieder hier. In meine Gegend. In my base. In my face. Wie Kronk schon erwähnt. Lurcher was. Simdring. Du brauchst da gerne schreiben. Ist kein Problem. Gäste. Du brauchst da gerne schreiben. Auch die anderen dürfen gerne schreiben. Ist überhaupt kein Thema. Deswegen machen wir hier einen Livestream. Was haltet ihr vom Death Forest? Das wäre natürlich jetzt sehr interessant mal zu wissen. Also ich finde, das Spiel wird immer besser. Mit Zaunkulissen. Mit Verbesserungen. Was man alles hier machen kann, ist schon echt gigantisch jetzt. Hast du einen Bogen? Ob ich einen Bogen habe? Natürlich habe ich einen Bogen. Jetzt muss ich hier mal loslassen. Nein, das ist nicht der Bogen. Sorry, sorry. Das ist mein Bogen. Jetzt mach ich mal, das Bild. Feuer weg. Das ist mein Bogen. Den habe ich natürlich. Meine Steinachst wieder am Anschlag. Erholen wir uns schnell ein bisschen Holz fürs Bauen. Ah, jetzt irgendwie hängt es gerade. Jetzt komme ich ja nicht weg. Was ist denn da los hier? Na? Das gefällt mir jetzt ja gar nicht. Ich hänge hier gerade. Jetzt habe ich einen Stein. SOS. Ich hänge. SOS. I. C. K. Hilfe. Gut, ich spare hier nochmal ab. Vielleicht geht es dann auch weg. Vielleicht nehme ich mir ein bisschen Holz. Nein, ich komme hier nicht weg. Schade, schade. Das ist wirklich die Ultra-Waffe. Da kann man nichts sagen. Bloß ich kann das Ziel noch nicht. Also ich treffe hier einmal nachher. Ich habe mich auch nicht getroffen. Bei dem Ganzen. Aber kein zweites Mal. Leider, leider, leider nicht. Da muss ich ein bisschen üben. Aber ich mache seit vier Monaten erst. Hier Livestreams. Let's Plays. Ja. Jetzt speichle ich mal kurz ab hier. Vielleicht ist dann hier auch das Problemchen. Der kleine Bug wieder weg. Und mir hängt immer noch. Oder ich fahre hier einfach mal ins Wasser rein. Jetzt gehe ich hier raus. Der hat jetzt keinen Bock mehr. Ich musste ja leider noch mal kurz unterbrechen. Weil es leider nicht ging. Ligi Hündchen. Ist gerade am schauen. Ja. Seven Days. Und acht Stunden. Um vier Minuten. Und 16 Sekunden. Dann kommt das neue Update. 0.13. 0.13 V. Glaube ich war es ja. Da kann man richtig mal schauen, was das Ganze noch bringt. Der Forest. Das ist sehr interessant. Achso. Ich renne hier einfach in die Gegner rein. Ich zünde das Teil an. Und an die Gegner rein. Das ist sehr interessant. Das ist wahrscheinlich auch ein kleiner Bug. Ja, das so gut funktioniert. Hm. Das hat was. Ist ja eine andere Art von Fackel. Würde ich mal behaupten. So. Und jetzt sind wir auch schon wieder hier. Na. Ja. Wie kommst du auf die Norm? Gester 83 M. Das hört sich echt. Jetzt geht es wieder. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Weg. Jetzt sind wir hier nochmal schön aufrunden. Das Ganze. Ein bisschen Holz holen. Wo natürlich vorher nicht ging. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.